Hallo ihr Lieben und Herzlich Willkommen auf dem Kanal Isla Spielewelt. Ich werde heute mit meiner ganzen Familie zum Oktoberfest gehen. Und es ist gerade wieviel hoch? Weiß ich gar nicht. 15.20 Uhr. 15.20 Uhr und wir fahren in, Mama hat gesagt, in 15 Minuten fahren wir los. Und ich möchte da als erstes unbedingt zu diesem Autoscooter gehen. Ich bin da schon mit meiner Cousine drauf gegangen und meine Mama hat uns da aufgenommen. Ich bin gegen jemanden geknallt, ich bin richtig nach oben geflogen. Und danach wieder hingesetzt. Und wir nehmen das jetzt alles auf und dann gucken wir mal was wir da jetzt alles erleben werden. Oder? Ja. Autoscooter willst du auf jeden Fall? Was willst du noch? Ja und ich möchte diese Drehachterbahn. Kennst du diese Achterbahn, diese Pinke die sich immer dreht? Aber dann ist ja keine Achterbahn. Aber das ist eine Achterbahn, die geht so hoch, aber die dreht sich immer und geht immer weiter hoch. Aber dann ist das keine Achterbahn Schatz. Und dann dreht sich das mal bis nach unten. Ich siehle auch wenn die sich so 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 dreht. Ja. Wenn du da nicht drinnen sitzt in so einem... Doch, man sitzt da drinnen. Das ist ja so rund. Ja ist klar, aber das hebt dich ja nur in die Luft und dann wieder auf den Boden und dreht dich ja dabei. Eine Achterbahn, da fährst du ja richtig. Ja, der fährt richtig schnell. Manchmal fährt er richtig schnell und manchmal und wenn du ganz oben bist, dann dreht er sich und dann bleibt der gerade und danach geht er ganz so nach oben, dreht sich und dann wieder nach oben. Okay, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay, dann schauen wir einfach mal. Was wir alles erleben werden? Wir haben heute richtig schönes Wetter. Soll ich mal zeigen? Ja. Warte, mach mal hier. Ich glaube, dass wir dieses Jahr... Ganz schön. ... das letzte... die letzten Sonnenschein... der letzte Sonnenschein sein, den wir noch erleben werden wahrscheinlich. Warum? Sagst du das? Vielleicht wird der Maul noch wieder noch schön. Nein, ich glaube nicht, Isila. Ich habe geguckt. Das Wetter ist nächste Woche sehr verregend. Wir wollten eigentlich am Donnerstag gehen. Ja, aber es ist ein Glück, dass wir das nicht machen. Oh. Und ich hoffe, wir werden da ganz Spaß haben. Wir werden euch auf jeden Fall den ganzen Tag mitnehmen. Und dann sehen wir uns beim Oktoberfest. Bis gleich. Tschüss. So ihr Lieben, wir sind jetzt im Auto. Du hast gerade ein Auto gemacht. Wir sind gerade von meinem Onkel im Auto. Das ist meine Mama und das Onkel, der fährt gerade Auto. Und wir gehen gerade... Das ist kein Auto. Die Marke ist Ferrari. Ja, Ferrari. Ja, ich denke... Und da hinten sind noch unsere... Hört man das nicht? Da hinten sind noch unsere Freunde. Ja, und... Ja, und... 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 Oh, cool. Hast du schon gesagt? Papa, guck mal! Komm, wir auf die Schaukeln gehen, die durchfliegen, ne? Da darf ich raus! Autoscooter, Ellen! Das ist ein Autoscooter! Papa, kommier, kommier! Baby, kommier! Komm, kommier! Komm! Das ist ein Schmutz. Ich bin, ich bin. Aber ich bin, ich bin, ich bin. Ich war jetzt mit meiner Cousine drauf, das war voll cool, ich bin mal nach oben geflogen. 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 Aber es zieht mich weiter nach da. Okay. Das ist da, weil es richtig schnell war. Okay. Und wir wollten es eigentlich auch so haben. Ich hoffe, der Tag mit uns hat euch gefallen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben. Schreibt in die Kommentare, ob ihr das auch schön fandet und was ihr da auch gemacht habt. Was sie gut fand. Ja, was sie gut fand. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis bald. Tschüss. Willst du noch mal sagen, dass alle abonnieren sollen, die noch nicht abonniert haben? Doch. Wenn ihr das... Wenn ihr das... Wenn ihr das... Wenn nach diesem Video... Liked bitte noch meinen Kanal. Nein. Abonniert meinen Kanal. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Tschüss.